Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa und Abyssalis 4 mit Narchd bei dem Chihard Achievement und mit eurem Wehrlet. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingestattet habt und in dieser Folge werden wir dann tatsächlich was machen und die Zeit weiterlaufen lassen. So, das Momluckenreich hat unsere Staats-Ehe akzeptiert. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier ein paar Bündnisse in Europa, die sind für uns erstmal nicht interessant. Und Hedges ist mit Adal verbündet und Jemen mit Jamar. Ja, okay, das war zu erwarten normalerweise. Öfters ist Adal eigentlich mit Jemen verbündet als mit Hedges, aber in dem Fall anscheinend nicht. Na, okay, Adal hat Jemen als Rivalen gewählt. Okay. Übrigens, was auch noch eine große Änderung war in Art of War, ist, dass hier mittlerweile diese ganzen Leute hier an der Küste, die sind alle indisch, indische Technologiegruppe, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich einfach aus badlingstechnischen Gründen, weil sie nicht nochmal extra eine neue Technologiegruppe machen wollten. Und die Leute, die hier weit oben sind, sind auch muslimisch. Das heißt, die haben jetzt alle die gleiche Technologiegruppe wie wir, was bedeutet, dass man hier unten auch Vasallen machen kann. Im Gegensatz zu früher, weil da war das nämlich alles, ich glaube, subsaharisch hieß das. Und das war dann alles weit, weit unterlegen, weshalb man da keine Vasallen haben konnte, sondern nur Protektorate. So, jetzt, wir konzentrieren uns erstmal jetzt ein bisschen auf die Mameluken. Wir brauchen jetzt sowieso noch eine Weile, bis wir hier unseren Anspruch haben. Und dann werden wir hier erstmal die Beziehungen verbessern. Roman hat einen Regentschaftsrat. Okay. Und sofort den neuen Herrscher, 4-4-3. Der ist natürlich schon mal nicht schlecht für ihn. So, unsere Einheiten sind fertig. Das ist auch schon mal ganz gut. Wir verlieren jetzt natürlich schon Geld, aber das macht ja nichts. Ne. Gut. Muss dann wohl sein. Wir werden wahrscheinlich am Anfang eine Menge Darlehen aufnehmen, aber sobald wir dann die arabische Halbinsel haben, sollten wir genug Geld haben, um das relativ schnell noch wieder abzuzahlen. Und vor allem können wir auch mit Loot noch einiges an Geld verdienen. Oder mit Plünderung eigentlich. Also, es ist das gleiche, nur auf Deutsch und auf Englisch. So, ja. Ihr seht, die Komponierung hier, die geht ziemlich flott. Wir haben schon die Hälfte des Anspruchs fertig. Und die Marmeluken mögen uns aber noch nicht. So, wir schicken schon mal unsere Einheiten hier an die Grenze. Wir werden hier aufpassen, diese beiden Provinzen, die sind ziemlich tödlich, oder diese drei, weil wenn man da nur sieben Versorgungslimit hat, obwohl es das eigene Land ist, das ist ziemlich übel. Da muss man aufpassen. Da habe ich schon öfters einiges an Manpower verloren, weil ich da durchgelaufen bin. So, da kommt das erste Darlehen gleich. Einen Monat noch. So. Okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr, bevor wir den Krieg erklären. Wir holen uns erstmal unseren Diplomaten zurück und erhöhen unseren Unterhalt. Ihr seht, wir verlieren eine Menge Geld. Dann nehmen wir unseren Herrscher als General. Und gleich können wir den Krieg erklären. Adal wird ein Bündnis mit uns. Will ich das? Hm. Wir nehmen es mal an. Wenn wir es nicht brauchen, können wir es immer noch brechen. So, ich habe meinen Unterhalt ein bisschen zu spät erhöht. Glaube ich. Aber okay. Das macht nichts, denn die Omanische Armee ist uns am Anfang ohnehin drei Einheiten unterlegen. So, Adal wird uns nicht helfen, weil der Krieg zu weit weg ist. Wir kriegen 25 Pietät, weil wir eine, ja, eine nicht-sunnitische Nation angreifen. Die sind nämlich hier unten Ibadi. Ich glaube, es sind die einzigen Ibadi. Ne, da hinten sind noch ein paar. Okay. Aber wie gesagt, Ibadi ist wirklich kein Problem. Das ist sehr, sehr einfach zu konvertieren. Wie man hier sehen kann. Oh ne, das stimmt gar nicht. Ich lüge. Lokale Missionarschrecke minus 2%. Ich habe gedacht, das wäre umgekehrt. Okay. Ne, ist wie Shiitisch, aber trotzdem, wie gesagt. Also wir können mit Natsch ohnehin alles konvertieren. Von daher kein größeres Problem. So, wir sind jetzt mit Oman im Krieg. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Hedgers nicht jetzt sofort zum Verbündeten machen. Und sie in den Krieg rufen. Weil dann wird es ein bisschen schwierig. Auch machbar, aber schwieriger. So, er hat ja seine 6 Einheiten. Er hat auch noch keine volle Moral. Er wird uns vermutlich auch nicht angreifen, sondern jetzt anfangen da zu belagern, genau. Von daher können wir ihn da dann gleich besiegen. So, Hedgers hat ein Bündnis mit Warsangali. Okay, der verbindet sich hier mit den ganzen Leuten hier unten. Bringt aber nichts, weil die kommen normalerweise da eh nicht durch Jemen durch. Von daher sollte das nicht so das Problem sein eigentlich. So, ich war mal noch einen Monat, bis ich angreife. Aber wir haben jetzt minus 8. Ah ja, genau, weil er uns blockiert. Das ist immer ein bisschen doof. So, er hat hier eine neue Einheit rekrutiert. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall angreifen, bevor er uns noch zu mächtig wird. Er hat aber auch nur eine Kavallerie. Er hat ein 3 1er. Okay. Komm, wir versuchen unser Glück. Okay, das war schlecht, aber immerhin hat er eine Belagerung. Das heißt, wir können schneller das Kriegsziel belagern. Das ist ganz gut. Aber wir sollten so oder so gewinnen. Wir haben deutlich mehr Einheiten. Das waren schon mal 10 Kriegspunkte eigentlich. Wieso ist es nur ein Prozent? Achso, ja, okay, wir waren ja bei minus 8, genau. Alles klar. Ah, okay, unsere erste Konvertierung ist abgeschlossen. In Abt al-Kurkaya. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Machen wir mit Katar weiter. Das ist sehr gut. Geht jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen schneller. Wegen der erhöhten Pietät. So, Jemen hat Oman in King erklärt. Das war zu erwarten. Da Oman nicht verbündet ist mit Hedgers und Jemen Oman ebenfalls hasst, machen sie das meistens. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier eventuell den ihr Kriegsziel noch rechtzeitig besetzen, damit die das nicht von Oman wegnehmen können. Und vor allem wollen wir auch die omanische Armee vernichten. So, mal gucken, ob sie vor uns da sind. Nein, sie sind erst am 19. da. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Alles klar. Wir haben die Omana gestackwiped. So, dann lassen wir hier mal ein Regiment stehen. Dann ist das nämlich unsere Belagerung. Auch wenn er da Einheiten draufstellt. Und dann machen wir hier mal die Einheiten kaputt, die er hier oben gerade neu aushebt. Dann stellen wir da zwei. Und das Gute ist, wir können jetzt die jämischen Einheiten verwenden, um Dauphar zu belagern. Das ist äußerst praktisch. So, und wir wollen auf jeden Fall hier seine Hauptstadt ein paar Mal looten. Das sind nämlich vier Grundsteuer. Das spart uns immerhin einen Monat immer. Okay, unser Herrscher ist schon gestorben. Wir haben einen Stabilität verloren. Unser Nachfolger ist jetzt ein 025er. Das ist nicht so optimal. Viel zu wenig Admin-Punkte. Aber okay. Immerhin haben wir dann gute militärische Technologie. Ja, wir werden die Stabilität erstmal noch nicht erhöhen. Wegen der religiösen Einheit, die momentan noch relativ schlecht ist. Okay, stellen wir uns kurz hier drauf, damit der Einheitenbau abgebrochen wird und für den Loot. Sehr schön. Dann senden wir 1.000 Mann dorthin. Und 1.000 Mann dorthin. Und dann belagern wir Niswa. So, dann haben wir wieder drei Dukaten gekriegt. So, wir wollen erstmal nur, dass er hier keine neuen Einheiten baut. Und dann schicken wir mir hier die 400 Mann in unsere Heimat-Territorium, damit wir nochmal unseren Belagerungsgeneral mitnehmen können, den wir gewürfelt haben. So, dann schicken wir noch 1.000 zu seiner Hauptstadt, damit er dann auch da keine neuen Einheiten bauen kann. So, hier Belagerungsgeneral. Alles klar. Und dann belagern wir erstmal Niswa. Ich glaube nicht, dass Hedgers da jetzt noch reinkommen wird. Wir brauchen nur noch ein bisschen Punkte. Oh, was haben wir hier? Unterstützung für Dissidenten im Ausland. Eine Reihe von Dissidenten aus anderen Staaten sind an uns herangetreten. Diese Dissidenten behaupten, viele Unterstützer hinter sich zu haben, die bloß etwas Geld brauchen. Wahrscheinlich lügen sie. Trotzdem haben ihre Behauptungen viele einflussreiche Menschen an unseren Hof angerührt. Die Unterstützung dieser Dissidenten wird vermutlich zu nichts führen, außer der Verärgerung des anderen Landes. Aber auf der anderen Seite würde Nicht-Unterstützung einen schlechten Eindruck machen. Ja, Geld können wir nicht verlieren. Wir haben auch so kein Geld. Von daher verlieren wir 10 Prestige. So, alles klar. Die Frage ist jetzt... Ne, wir lassen Wuster erstmal unbelagert. Und wir haben einen Diplomaten, der jetzt gerade nichts macht. Wir werden uns schon mal hier einen Anspruch auf Jemen holen. Und wir werden unseren militärischen Unterhalt ein bisschen senken, damit wir nicht ganz so viel Geld verlieren. Warum zeigt er uns hier eigentlich an, dass wir 0,7 im Monat machen? Das ist doch gelogen. Ja, jetzt zeige ich das richtig an. War noch Plünderungsgeld dabei. So, wir erhalten monatlich 109. Gucken wir mal, ob wir reinforcen oder nicht. Wir können auf jeden Fall keine Einheit verlieren. Okay, ja, wir können neue Einheiten ranbringen. Oh, okay, wann sind die hier fertig? 26. Dezember. Dann machen wir das lieber so. Dann können wir uns auch nur eine Provinz gleichzeitig belagern. Aber immerhin kann er dann keine neuen Einheiten bauen. Und außerdem, wir bekommen mehr Geld. Das ist auch schon mal ganz brauchbar. Wir haben bisher 36 Schulden schon. Hui. Oh je. Klaue der Ungläubigen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Normalerweise würde ich eher die Pietät nehmen für die schnellere Konvertierung. Aber, also jetzt am Anfang. Aber ich denke, wir nehmen schon jetzt die Minuspietät. Wir brauchen am Anfang die Minuspietät sehr, sehr dringend. Für mehr Geld, mehr Manpower und weniger Technologiekosten. Das ist sehr, sehr wichtig. So, ja. Oman scheint kein Bündnis mit Jemen mehr hinzukriegen. Und vor allem, sobald nichts mehr gefallen ist, ist das sowieso nicht mehr möglich, dass Edger's dann joint. Weil Oman dann minus 25 Kriegspunkte hat und dann joint die KI nicht mehr. So, dann haben wir wieder vier Dukaten aus dem Muskan rausgekriegt. Das ist sehr schön. Wir haben auch schon 0,6 Inflation. So, ich bin dran überlegen, warum hier der Sound schon wieder so leise ist. Es ist leider ein bisschen doof, dass die verschiedenen Musiken, weil die verschiedenen Lieder von Paradox so ungleich laut sind. Aber was soll man machen? So, wollen wir ein Prestige pro Monat für 20 Jahre, für zwei Dukaten? Ich denke schon. Auch wenn wir gerade nicht so viel Geld haben, aber das ist schon ziemlich gut. So, da ist das Kriegstil gefallen. Dann senden wir... So, das Problem ist jetzt halt... Der Nachteil daran, Nies war als Kriegstil zu nehmen, fällt mir gerade auf, ist, dass man dann die beiden hier nicht mehr looten kann. Na, ist ein bisschen schade. Dann senden wir ihn dorthin, ihn dorthin. Okay. So, leider können wir seine Flotte nicht besiegen. Das ist nicht machbar. Allerdings, ja, wird er seine Flotte auflösen wahrscheinlich bald, wenn er kein Geld mehr hat. Ich möchte ihn eigentlich nicht zu lange belagern. So, jetzt möchte ich mal noch ganz kurz gucken. Ist Madalis nicht gejoint? Okay. Das bedeutet, wenn wir jetzt gleich Omans unseren Basallen machen können... Dann sind wir automatisch gleich mit Jemen im Krieg. Vielleicht brauche ich gar keinen Anspruch, aber ich lasse ihn, glaube ich, trotzdem mal zur Sicherheit noch durchlaufen. So, du würdest das natürlich noch nicht annehmen. Alles klar. Kommen wir schon mal an mit dem Anspruch auf Hedgers. Da ist ein weiterer Kredit aufgenommen worden. Und ich denke, wir können auf Geschwindigkeit 4 gehen, denn jetzt haben wir den Krieg eigentlich schon so gut wie gewonnen. Jemen wird hier keine Belagerung bekommen. Das ist unsere. Und überall sonst haben wir auch Einheiten draufstehen. Das heißt, Oman ist auf jeden Fall schon mal unser. So, wie sieht es aus mit der Konvertierung? Da haben wir gleich noch eine Konvertierung fertig. So, wir wollten... Natschische Bauern sind bei 40%. Okay, Anspruch auf Jemen ist fertig. Sehr schön. Dann machen wir hier schon mal Anspruch auf Haser. Die wollen wir auf jeden Fall auch erobern. Oh, sehr schön. Wir haben in beiden Provinzen die Mauern durchbrochen. Ebenso wie in Dofar. Und da ist auch die Belagerung jetzt fertig. Dann belagern wir jetzt hier die beiden Provinzen noch. Und dann wäre das erledigt. So. Sehr schön. Es ist ja ein gutes Jemen uns hier unterstützt. Wir müssen nur gucken, dass bevor wir hier Frieden schließen, keine Truppen mehr mehr auf Feldern haben, wo er auch Einheiten hat. Sonst wären die wahrscheinlich gekillt. Der Hauptgrund, warum wir so viel Geld verlieren, ist einfach, dass wir hier sehr stark über dem Truppenlimit sind. Dafür bezahlen wir genauso viel Geld, wie für unsere Truppen an sich. Okay. Schicken wir mal den General nach da hinten. Da können wir nämlich dann die Belagerung wahrscheinlich relativ schnell beenden. Okay, jetzt hat Hatch das Entbündnis mit Oman geschlossen. Aber die dürften da eigentlich nicht mehr reingehen. Genau. Weil die schon bei minus 70 sind. Alles klar. Eigentlich können wir jetzt auch schon gleich Frieden schließen, sobald unser einer Diplomat wieder fertig ist hier mit Anspruch fingieren. Katar haben wir konvertiert. Sehr schön. Die Ungläubigen werden hier aus unseren Landen vertrieben. Oder naja, gut, sie werden nicht unbedingt vertrieben. Aber sie werden auf jeden Fall zu unserem Glauben konvertiert. Und das ist ja schon mal wichtig. Oh Gott. Wir verlieren so viel Geld. 66 Dukaten Schulden haben wir schon. Für Darlehen können wir eigentlich aufnehmen. 78. Okay, wir haben 11 Darlehen. Das sollte noch kein Problem sein. Wir zahlen 0,27. Boah, das ist schon nicht gerade umsonst. Die Himmel hat einen ziemlich starker Mäßig gerade. Wir haben 9.006 Infanteristen, 3 Kavaleristen mit einem 0,2er General. Das ist schon ganz schön übel. Ich weiß nicht, ob wir diese leicht besiegen können. Wir werden es sehen. Vielleicht schließen sie ja Frieden. So, dass wir sie nicht mehr bekämpfen müssen. Beziehungsweise so, dass sie erstmal ein paar Einheiten auflösen. Denn ich denke, er ist jetzt über dem Truppenlimit. Normalerweise hat Jemen nicht so viele Einheiten. Jemen, wo bist du denn? Ja, sieben Truppenlimit hat er. Und er hat momentan gerade 9.000 Truppen. Das ist, wenn er in Frieden gehen sollte, wird er wieder Einheiten auflösen. So, ich werde, glaube ich, jetzt erstmal zwei Einheiten auflösen. Eventuell, weil wir verlieren super viel Geld. So. Jetzt hat es die Frage, wollen wir jetzt sofort den Krieg mit Jemen? Da ist auch noch Shammar dabei. Nee, Shammar ist nicht dabei. Okay. Wir wollen auf jeden Fall nicht, dass Omar seine Flotte auflöst. So, wie viel Geld hast du denn? Nicht besonders viel. Das heißt, du wirst keine Einheiten bauen. Ja, auf. Wir werden hier unsere Einheiten zusammenholen. Wir werden unseren Unterhalt erhöhen. Und hoffen dann mal, dass wir es schaffen hier. Jemen zu besiegen. Das Problem ist, dass er zwei Kavaleristen noch hat. Und wir haben nur zwei Infanteristen. So, das nehmen wir an. Und wir haben die Kontrolle im Krieg gegen Jemen. So. Wir gucken mal, ob unser Nachfolger ein guter General ist. Oh ja, 1, 2. Das gefällt mir doch. So, dann hoffen wir mal, dass Omar jetzt möglichst bald neue Einheiten baut. Und wir stellen uns schon mal hier hin. Ich hoffe mal, wir können sie besiegen. Kann sein, dass wir die erste Schlacht verlieren. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Flottenhoheit. Roman hat hier eine Menge Schiffe. So. Was machen wir hier mit dem Bauernzorn? Das ist hier die Frage. Ich denke, es macht nichts, wenn wir ein bisschen Legitimität verlieren. Wir sind da noch relativ gut dabei eigentlich. So, gegen Hazar haben wir auch einen Kriegsgrund jetzt. Das ist sehr schön. Dann fangen wir ja schon mal an, auf Schammer-Ansprüche zu fingieren. So, wir verlieren immer noch Geld, aber nicht mehr ganz so viel. Wir kriegen jetzt 0,6 im Monat von Oman. Naja, aber ich denke, mit der Wasserisierung von Oman werde ich mich erstmal für heute von euch verabschieden. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr über einen Kommentar oder ein Like freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Wehelat.